Benni, du wirst dein Mod los, auf jeden Fall, weil so welche Mods brauchen wir nicht, aber bleib bitte bis Ende dran, weil dann wirst du wissen, wieso ich das mache und so. Am ersten, du kennst mich nicht privat, oh nee, ich bin, äh, keine Ahnung, ich bin Baum, ein Baum, und, ähm, und, keine Ahnung, aber Benni, wenn du das siehst, bleib jetzt Ende dran, und dann verstehst du es auch. So, Benni, äh, ich möchte, dass wir noch Freunde sind, aber keine, ähm, dass du kein Mod mehr bei mir bist, für deine Arbeit, das ist, ähm, nicht so gut, aber, bleib bitte bis Ende dran, dann verstehst du auch alles. Ich, ich sag erst mal Gründe, du nervst einfach nur, beim Zocken so, und du bist, keine Ahnung, du bist jetzt nicht so der allercoolsten, so, und so, und du machst ja auch, du bist ja nicht mal bei öde einer Plattform über 100 Abos. Und, sorry, das kann ich nicht bringen, aber, sorry. Und, Leute, ähm, du kennst mich ja auch sehr gut, und ich, ich mach ja, vielleicht denkst du, es ist ein Prank, aber ist, ist es wirklich nicht, ähm, und daher möchte ich sagen, das möchte ich aber bei dir noch mal privat überzocken, und so sagen, wenn wir das nicht mehr zocken, ähm, wie, die Gründe, wieso, ist, so, du wirst dich wahrscheinlich fragen, wieso ist es so, ja, weil, einfach, wir, wir, wirklich, du nervst einfach, und, ich muss sie dir sagen, ist, du denkst, ist es ein Prank, ist es aber wirklich nicht, ähm, ähm, kannst auch gerne danach direkt in meiner Lobby kommen, und nicht schreien, so, wieso denn, was für ein Mensch bist du, nur wegen, nur wegen Abonnenten kannst du kein Mod mehr bei mir sein, aber, juck dich doch nicht, Alter, wir können ja trotzdem noch befreundet sein, ich muss ja jetzt Reichweite einfach, äh, bekommen, so, so, und Benni, du kennst mich sehr gut, und es war nur ein Prank, aber das wirst du wahrscheinlich nicht checken, weil du eh davor abschaltest, so,